Wo bist du? Hier auf der rechten Seite. Tschüss! Ey, warte auf mich! Da bin ich wieder, aber ich muss los. Auf Wiedersehen. Tschüss! Hey! Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland. Hier auf Katze! Mit Eggirl und Katze. Ja, ich bin auch dabei. Also, heute spielen wir Kirby weiter. Ich bin, wie gewohnt, Meta Knight Player 2 und Eggirl ist Kirby, der Mech. Was habe ich denn für eine? Guck mal, ich habe eine Teufelsmaske einfach. Ja, das ist ein lustiger Drache. Ein Drache, ah, okay. Ja, aber ich möchte nicht zu viel verraten, wer das ist und so weiter und so fort. Okay. Au! Und ich habe eine Eule. Ja, stimmt! Ich bin eine Eule. Mit einem Bart. Ich bin die Eule von Harry Potter. Ah, Hedwig! Okay. Achtung. Huh, 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 huh! Vorsicht, dass wir diese komischen Box schmecken. Das ist total blöd, weil ich noch keine Fähigkeit habe. Ja, du kriegst noch eine. Ja, okay. Martin, Wisch! Was haben wir denn da oben Schönes? Eine Leiter, eine rosa Leiter. Da gehen wir hoch, oder? Ja, du, du liebst Rosa und die Leiter passt perfekt zu dir. Robo-Kopf-Fähigkeit! Ja, deine ist, du, du hast doch die Robo. Ja! Ja, okay. Ja, aber ich kann nicht... Ich dachte schon, du meinst die Laubbläse. Du hast die Gegner ja als Laubbläse bezeichnet. Nee, aber ich, weißt du, ich, ähm, ich finde es schade, dass man die Robo-Kopf-Fähigkeit unter Wasser nicht anwenden kann. Ja, das gilt aber nur für wenige Fähigkeiten. Ich glaube, den Hammer hast du unter Wasser, das Schwert, ähm, den Speer kannst du unter Wasser nutzen. Ich glaube, das war's. Ja? Und den Schirm, ah, nee, kannst du den Schirm? Weil beim Schirm bin ich mir jetzt nicht sicher. Au, der hat mir gleich eine mitgegeben. Ritter Ramkamm. Ritter Ramkamm. Achtung! Kämpf du aus der Ferne. Ja. Okay. Aua! Hey! Hey, oh Gott, ich hab kaum Energie. So, Moment. Oh nein, du auch nicht. Und auf, Mann! Ja, das war doch gut. Achtung! Oh, 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 oh. Und jetzt haben wir da mal. Oh, 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 oh. Das war's. Wir haben ihn in die Hänge getrieben. Tschüss, gute Nacht. Ritter Ramkamm. Tschüss, tschüss, tschüss. Jetzt. Und da gibt es die Bummering-Fähigkeit, aber da bleiben wir bei unseren Fähigkeiten, die wir haben. Lieber beim Robo-Cop bleiben. Hey, aber. Was? Okay, du hast das Saiya durchgedreht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte das Saiya durchtrennbar sein mit meiner Robo-Cop-Fähigkeit. Ja, doch nicht mit dem Laser. Na, kannst du einen Ananas? Willst du küssen? Oh nein! Nein, ich war so auf das Küssen fixiert oder auf das Ananas weitergeben, dass mich der Gegner richtig erwischt hat. Nicht schlimm, ich habe sowieso volle Energie. Aber ich habe kaum Energie, obwohl die Ananas gerade... Oh weia! So lecker war! Ich glaube, die Wasserwelt wird nochmal richtig schwer für uns. Ja, das ist nicht so meine. Ich merke es schon. Achtung! Jetzt! Sobald es unter Wasser weitergeht, dann wird es knifflig. Aber du hast ja noch deine Wasserblasen, Luftblasen, die du verschießen kannst. Und du gehst einfach voran und entfernst alle Gegner und dann kann mir kaum was passieren. Oh nein! Oh, 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 oh. Ja, schnapp dir die Bombe. So, jetzt. Oh, ich komme nicht runter! Ja, ganz runter und dann kannst du auch schlucken. Ich muss mich ausschüllen. Äh, okay. Was machst du denn da? Nicht mit... Jetzt! Jetzt hast du auch so einen lustigen Hut. Ein Partyhut. Boom! So. Boom, nichts getroffen. Boom! Okay, jetzt. Oh! Oh, da ist ein... Oh! Passi, passi hinter dir. Alter, wie? Der hat sein Speer ausgepackt. Jetzt müssen wir hier durch. Das gibt es doch nicht. So. Schwimmende Ameisen. Schwimmende Ameisen? Jetzt sind es keine Ameisen. Nein! Was war das dann? Das sind irgendwelche Seewürmer. Seewürmer? Oder Seetausendfüßler. Oh, das wird lustig. Ein Schuh! Guck mal, nimm du den Schuh. Okay. Achtung. Und jetzt kannst du springen und die Gegner auch zermatschen. Matsch! Und halte die Sprungtaste gedrückt, dann springst du höher weiter. Matsch! Okay. Ja, mach wie du magst. Ja. Wie ich matsch. Mach wie ich matsch. Mach wie du matsch. Okay. Jetzt, hier auf den musst du springen. Und weiter, weiter. Du musst doch die Taste gedrückt halten. Ups. Du musst auch, wenn ich dir einen Tipp gebe, ist es nicht schlecht, wenn du auf mich hörst. Ja, aber weißt du, nimm du den Schuh. Ich? Okay. Ja, nimm du nochmal. Aber ich muss mich ja auch ausprobieren. Ich wusste jetzt nicht, dass ich genau an der Stelle plötzlich länger drücken soll. Ja, genau. Wusste ich auch nicht. Ich zwanne. Verämpel mich doch nicht. Jetzt. Aber Achtung. Jetzt. Ja, jetzt mach ich's. Und. Hemd. Ja, sehr gut. Hemd. Hemd. Oh nein. Bleib oben. Okay. Okay, das passiert nichts, oder? Ja, solange du im Schuh bleibst, aber dein Schuh verschwindet gleich. Okay, aber noch nicht. Hier, neuer Schuh für dich. Ja, okay. Schuh, Schuh, Schuppidu. Upsala, gleich weiter geht's. Oh nein. Du schaffst das. Hemd. Und jetzt hier. Jetzt hier. Okay. Sehr gut. Ja, geschafft. Jetzt kannst du hier aufmachen. Und jetzt weiter. Jetzt auf die Fische, auf die Fische. Ja, warte. Aber auf alle, auf alle. Okay, und. Hemd. 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 Ja. Okay, warte. Oh nein. Okay. Okay. Ja, der Oben wäre jetzt auch ein Geheimnis gewesen, aber schon okay. Nicht so schlimm. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Also, ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich nicht abgestürzt bin. Ja, am Anfang, aber da drücken wir ein Auge zu. Warum geht es nicht auf? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Warum geht es nicht auf? Oh nee. Oh nein, ich habe den Fisch geknutscht. So. Und? Oh, das hast du aufgekriegt. Ja, ich hatte noch ein Schwert. Ja, aber die anderen Holzblöcke, Steinblöcke. Oh, Achtung. Das ist Suelort aus Pokémon. Lass mein Freund los. Schnell weg hier. Uiuiui. Uiuiui. So. Achtung, da ist nochmal einer. Ja, ja, ja. Der erwischt uns nicht. Der erwischt uns nicht? Okay. Dann schwimmen wir ganz weit oben. Ja, solange wir ganz nah am Rand schwimmen, dann trifft er uns auch nicht. Achtung. Schaut doch mal den schönen Hintergrund an. Ja, das ist echt eine schöne Unterwasserwelt. Jetzt Achtung, da kommt wieder so ein Fisch. Ja. Oh, nein. Runter. Uiuiui. Ja, ja, ja. Das war knapp. Aber jetzt schnell vorbei. Schnell, schnell vorbei. Achtung, noch ein Fisch. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Okay. Ich geh schon mal. Geh schon mal. Ich geh schon mal. Achtung. Schnell, schnell weg. Ui. Knappe Kiste. Jetzt schnell an ihm vorbei. Jetzt aber. Jetzt. Wie machst du? Okay. Oh, da ist noch einer. Achtung. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Okay, warte. Dir gibt es auch eine riesige übrigens. Oh, nein, nein. In riesig? Die sind doch schon groß. Ja, es gibt die neuen größer. Viel, viel größer. Oh, das war knapp. Und jetzt schnell. Jetzt schnell nach oben. Gut gemacht. Dankeschön. Oh, da ist das Ziel. Autsch. Oh, pass auf. Der Tee kennt mich. Wir haben es geschafft. Juhu. Und Bonus-Spiel. Jetzt. Wer kommt höher? Und... Hey. Beide auf die zwei. Sehr gut. Team Bonus. Wie viel gibt es eigentlich an Team Bonus? Das habe ich noch nie so verstanden oder gesehen. Weiß ich nicht. Wir haben immer einen ab, oder? Also einen ab, wenn man auf dem ersten Platz ist auf jeden Fall. Ah, nee. Du kriegst 30 Sterne. Muss nicht unbedingt einen ab sein. Aber in der letzten Folge haben wir einen abbekommen jeweils. Ja, vielleicht haben wir dann die 100 erreicht. Bei 30 weiteren Sternen. Okay. Weil es werden immer 100 gezählt und dann geht es von vorne los. Schon wieder ins Wasser. Und links oben siehst du, wie viele Sterne wir haben übrigens. 39. Ja. Ja. Ich habe schon ein richtiges Schwimmhäute. Ja? Ja. Ai, 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 ai. Lass mich. Lass Elgöl in Ruhe. Ja. So. Jetzt. Schwimm. Oh, hier geht es immer schnell in den Stuhl nach unten. Das war ja ein Wasserfall, oder? Ach so. Oh nein. Jetzt kommen auch noch so Eissapfen. Eissapfen. Das heißt, das Wasser muss auch relativ kalt sein. Ich habe schon fast blaue Lippen. Ja. Ja. Das ist übertreibend. Unter meiner Maske nur nicht. Ja, ja. Aber ich finde es cool, wie du da einfach noch was dazu interpretierst. Ich habe schon blaue Lippen. Ja. Weil mir so kalt ist. Ja, dann schnell immer schön in Bewegung bleiben. Schön schwimmen, dann wärmst du dich auf. Achtung. Und schnell. Immer in Bewegung bleiben. Ui, 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 das war knapp. Nichts erquetschen lassen, sonst ist hier Sense. Im wahrsten Sinne des Wortes, schnell, ui, knappe Kiste. Okay, ich gehe da jetzt rein. Oh nein. Okay. Ich schaffe das, ich schaffe das. Okay, ich habe es geschafft. Okay. Und? So, dann gibt es hier ein Extraleben. Und? Boah, was passiert mit dir? Ich bin einmal außenrum. Und hoch. Oh, schade. Was hast du gesagt? Und hoch. Und hoch. Ach so, und hoch. Boah, jetzt aber. Jetzt. Und wieder zurück durch die Tür. Okay, ich dachte schon, das ist wieder so ein Dimensionsloch, wo wir jetzt rein. Nein, das gibt es immer nur bei den Spezialfähigkeiten. Okay. Okay. Ui, 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 ich bin richtig gut durchgekommen. Fassi, fassi. Das letzte. Komm, wir gehen oben lang. Nein, die hole ich. Au, 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 au. Schwimm doch noch nicht weiter bei den Stacheln. Ja, warte, jetzt. Ich habe gelernt. Ich gehe schon mal durch die Tür. Okay, warte. Komm. Okay, weiter. So, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen mit deiner Energieleiste. Ich brauche was zu essen, das ist ganz einfach. Ja, beim Extra-Modus gibt es so selten was zu essen. Toll. Das ist ja der schwere Modus. Warum spielen wir den schwere Modus? Ja, weil den einfachen habe ich doch gespielt, alleine. Toll, ich hätte mal den schweren gespielt. Ja, aber der stand noch nicht zur Verfügung, als ich es gespielt habe. Okay. Und, weißt du, zu zweit ist es immer einfacher, als alleine. Ja? Okay. Aber guck. Weil so kämpfen wir doch immer zusammen, sonst kämpfe ich alleine. Ja, das stimmt. Man kann es ja auch zu viert spielen. Aber du bist so gut, dass du auch alleine den Schnellen schaffen würdest. Nein, mit dir bin ich besser. Nein. Solange du nicht abstürzt. Okay, weiter geht's. Di, 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 di. Oh, nein, nein, nein. Eis, 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 Eis. Yes. Oh, ein bisschen Energie bekommen. Dankeschön. Oh, je. Okay. Äh, was gibt's hier? Oh, ich seh schon. Ein Wassergalobor oder Gabolor. Wie hießen die nochmal? Egal. Galumba. Ein Wassergalumba. Okay. Oh, Wasser für alle. Jetzt, mach sie alle nass. Ja, okay. Nimm du das Schwert, ist es besser. Wie nimm du das Schwert? Ich hab immer ein Schwert. Ja, ich weiß. Schwert, um die Gegner zu entfernen. Oh, jetzt kommt Zwischenboss. Zwischenboss. Oh, nein, und ich hab so wenig Energie. Ausweichen, ausweichen. Opa Klops. Opa Klops. Oder Klops. Oh, was? Was passiert? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nicht so gut ist passiert. Oh, ein Eis. Brauchen wir nicht. Oh, okay. Gleiche Reaktion wie vorher. Oh, ein Eis. Ich war so erstaunt, dass es schon wieder da ist. Also, ihr müsst wissen, L-Girl isst gerne im Sommer Eis. Ja. Was sind denn deine Lieblings-Eis-Sorten? Boah, als Kind immer super gern Zitrone, mittlerweile Joghurt. Joghurt ist bei mir so ein Standard. Ja? Ja. Okay. Achtung. Und bei dir? Was ist dein Lieblings-Eis? Also, Joghurt ist auf jeden Fall immer gut. Und ich liebe aber auch Malaga. Ja. Und was liebe ich denn noch? Boah, so fruchtig ist es auch immer lecker. Ja. Zitrone, was sie... Oh, ich hab mich so aufs Eis konzentriert. Blutorange mag ihr aus. Ja. Oh Gott, ich träume von Eis. Achtung, Wasser. Achtung, jetzt, jetzt, jetzt. Opa Klops. Du alter Klops. Ja? Gestern hatte ich ein Heidebier-Eis. Das wollte ich noch kurz der Community erzählen. Ja, das stimmt. Oh, das war auch lecker. So, jetzt Opa Klops. Nimm Wasser, um Wasser. So, da haben wir den Opa besiegt. Bist du die Fähigkeit? Nein, ich will den Opa, danke, entfernen. Dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Boah, da gibt's Geld. Nee, das ist kein Geld. Das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Das sind diese Gutscheine. Ein Coupon. Ja, oder Gutscheine. Gutscheine? Für was? Was können wir mit den Gutscheinen machen? Ja, wir können neue Masken freischalten. Ah, okay. Und dann... Autsch. Und dann, hey, gib mir doch mal eine Fähigkeit wieder. Jetzt hab ich keine Fähigkeit mehr. Hufpasse heißt es immer. Ja, ich wollte sie mich noch holen und dann warst du schon in der Hele. Hele. In der Hele. Das ist eine Tür in dem nächsten Abschnitt. Ich nehm die. Hey, Mann. Komm, wir gehen... Ja, das war keine Fähigkeit. Ach so, okay. Hey, Mann. So. Ich komm gleich jetzt. Hallo, da bin ich. Hä? Was machst du? Hallo. Oh. Ich komm gleich. Hallo. Tschüss. Ja, warte. Tschüss. Oh, ich komm zu dir. Oh, jetzt musst du aber vorsichtig sein, okay? Ja. Lass dich bitte, bitte nicht treffen. Okay. Bitte nicht treffen lassen. Entschuldigung. Okay. Oh nein. Okay, nochmal. Diesmal nehme ich nicht den rechten Gang, oder doch? Wie du magst. Okay. Ich glaub, der war schon richtig. Mit nem Strudel nach oben. Ja, gut, okay. Los geht's. Ja, warte, warte. Nicht so schnell. So, ja, okay. Oh, da, 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 da. Hallo. Schieß. Achtung. Nein. Warum bin ich denn jetzt zu dir gekommen? Weil du, weil ich zu langsam oder du zu schnell warst. So. Di, 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 du. Di, 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 di. Oh nein. Runter. Oh. Okay. Das ist nicht so meins. So, jetzt. In die Hele. In die Hele. So, ey, das ist echt ein Unterwasserlabyrinth. Ja, das ist auch ein ziemlich großes Level, findest du nicht? Ich muss sagen, das ist echt fies und schwer, hier durchzukommen. Ja, komm, ich mach's auch alle für dich platt vorher. Okay, warte. Jetzt geht's hier weiter. Springen, springen, wichtig. Wichtig. Wichtig ist zu springen. Und zu fliegen. Out. Oh, ich hab gleich einen Pudding gegessen. Danke. Oh, jetzt. Hier hat das sogar mich aufgefüllt. Oh. Oh, das ist kein Problem. Huh. Hast du gesehen? Ich bin durchgekommen. Nein. Nein, es ist so. Oh, 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 oh. Also du erlebst hier pure Action, hab ich so das Gefühl. Ja, huh. Und wir haben beide kaum Energie. Ja, leider. Gibt's hier was zu essen? Oh, nein. Die Feuerkraft, die ihr alle schafft. Ups, die abstürzt. Jetzt. Jetzt für dich. Oh, dankeschön. So. Oh, das ist so eine super Fähigkeit. Drachenflamme. Die passt auch zu deiner Maske. Ja, aber richtig gut zu meiner Maske. Jetzt bin ich ein Feuerdrachen-Kirby. Feuer-Drachen-Kirby. Ja. Oh, jetzt. Die hast du schon mal besiegt. Ja. Okay. Jetzt kommen die nächsten Gegner. Die musst du besiegen. Jetzt Feuer. Genau. Ich bin hier mal mit den Zähnenschlangen. Oh, ganz viel Energie für uns. Oh, das war aber großzügig. Das war großzügig. Richtig großzügig. Achtung, nochmal. Jetzt hier auch nochmal. Sehr gut machst du das. Dankeschön. Das finde ich mal eine coole Fähigkeit. Boah, wie ich sie alle abrasiere. Ja, die hattest du doch schon mal. Ja, ich weiß. Aber damals wusste ich noch nicht, wie mir geschieht. Und jetzt weiß ich, was ich tun muss. Alles klar. Und huu. Oh, nochmal. Warte. Jetzt. Hu. Warte. Und. Hu. Na ja, wenigstens hast du einen besiegt. Schade. Okay, warte. Jetzt. Für im Sprung Feuer gespuckt. Das geht nicht gut. Jetzt aber. Warte. Hu. Wie machst du mit dem Feuer? Hu. Okay. Heulende Feuerflamme. Jetzt da oben. Achtung, Achtung. Warte, warte. Elgir. Nein, nein. Nicht so, Elgir. Nicht, wenn ich. Du hast dich selbst noch zerquetscht. Wirklich. Entschuldigung. Oh, Mann. Mit dir erlebt man was im Spiel. Okay, weiter geht's. Wir waren so weit und dann zerquetschte uns beide. Einsaugen. Jetzt. Nochmal. Super Trooper Feuer Drachenflamme Fähigkeit. Achtung, jetzt. Und. Ich bin mal gespannt, wie es diesmal läuft. Besser, viel besser. Jetzt habe ich ja gelehrt. Achtung. Versprochen. So, ja. Erstmal die ganze Sterne einsammeln. Und jetzt. Und. Warte. Das wäre eher so ein heißes Hüftchen. Warte mal den Mund auf jetzt. Ah. Geschafft. Jetzt. Oh, Achtung. Joghurt für uns. Was? Joghurt? Ich dachte, das war so ein, ja. So ein Milch. Milchschick. Nee, kein Milchschick, eher so ein Milchbecher. Ah, okay, genau. Oder, oder, ja, vielleicht passt Joghurt doch bei's. Ich weiß es nicht. Guck mal, alle drei auf einmal. So ein Joghurt-Drink. Ja. Aber manchen Joghurt gibt es ja auch in so Gläser. Wow, warte doch, bis ich die rasiert habe. Das heißt entflammt. Entflammt. Du hast ja kein Schwert oder sowas. Jetzt bleiben wir da stehen. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Als wäre das für dich so klar. Vorhin war es nicht klar. Ja. Ja, guck mal. Ja, warte. Jetzt. So. Also ich sehe schon, die Drachenflamme ist deine Lieblingsfähigkeit. Ja, die macht... Der war der Block zu schnell. Oder fandst du andere Fähigkeiten schon besser? Weiß ich nicht. Aber ich liebe diese Zirkusfähigkeit. Adonais. Auch. Aber die ist auch echt cool. Da kann man einfach so viele Fähigkeiten vielleicht machen. Ich meine jetzt von den Superfähigkeiten. Ja, die Feuerflamme. Wobei der Schneeball auch nicht schlecht war. Ja, den hattest du in der... War das in der letzten Folge? Doch, in der letzten Folge hatte ich den. Uiuiui. Und Feuerflamme. Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Warte. Du hast ihm die Zähne geputzt. Ey, jetzt. Boah. Die müssen dann ganz schwarz sein eigentlich. Hey, warum sind die klein? Jetzt. Verkohlte Zähne. Verkohlte Zähne. So, jetzt sind leh. Jetzt sind leh. Wie viele von denen kommen noch von den Hallo-Dries? Ich glaube, das war es. Aber jetzt kommt noch ein kleiner Spezialgegner. Okay. Oh. Das ist ein kleiner Oktopus, der sich in einem, okay, Schiff versteckt. Aber du hast ihn, glaube ich, gerade gegrillt. Lecker. Heute gibt es einen frischen Oktopus. Oh, schade, ich habe. Das war nicht so gemeint. Yeah. Oh, no. Okay, mal gucken, wie wir diesmal durchkommen. Ja. Achtung. Schön schwimmen. Schwimmen und fliegen. Und durchdurchspringen. Schwimmen. Und durchdurchspringen. Oh, wow, ja. Denk daran, du kannst im Wasser, ähm, Wasserbläschen spucken. Ja. Ich muss nur, oh, das Ganze koordiniert kriegen. Und jetzt nach oben. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und, oh, das ist ja auch gegangen. Und jetzt, und jetzt. Achtung. Oh, nein. Entschuldigung. Hey, steck fest. Nein, bitte nicht. Hier brauche ich dich. Okay, und. Schnell, 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 schnell. Spucken. Oh, jetzt. Oh, ja, 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 ja. Sehr gut. Das bahnt uns jetzt einen Weg hier durch. Achtung. Oh. Schneller. Der Stern. Schneller, Propeller. Die Oma sitzt im Keller. Jetzt. Oh. Und. Du hältst dich, ah, nee, du schwimmst auch. Oh, ich würde sagen, du hältst dich am Stern fest. Das ist ja echt praktisch, dieser Kolon der Stern. Der was? Der Kolon der Stern. Der Kolon der. Ja. Ich habe zu sagen, der Kolon doch. Der Kolon der Stern. Oh, da. Komm ich rein. So. Jetzt kommt der Endboss. Oh, nein. Was nehmen wir? Weiß nicht. Schirm, nein. Komm, wir nehmen das Schwert oder den Speer. Ja. So. Das wird gut sein. Wir schraulen mit dem Speer zu dem Endboss. Oh, da ist er schon. Schwerenspuk X. Ja, Schwerenspuk mal wieder. Achtung. Achtung, du hast kaum Energie. Sei vorsichtig. Ja, ja, aber ich kann ja wieder zurückkommen. So. Hey. Da, mein Schwerstein. Feuerbälle, Feuerbälle. Ich bin schwer, das ist weg. Oh, die Feuerbälle sind noch Feuerkräfte. Ja. Ausweichen, ausweichen. Spring. Ey, girl. Ich hatte schon Angst. Hat das wohl noch funktioniert? Oh, nein. Jetzt schön ausweichen. Okay. Ich komme. Jetzt aber Vorsicht, ja. Sonst verlieren wir hier den Kampf. Ja, ich versuche mein Bestes. Schön ausweichen. Du hast kaum Energie einschlagt und du bist sensisch. Achtung. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Oh, jahoo. Danke, mein Freund, dass du mich beschützt hast. Der hat einfach keine Feuerbälle mehr hergegeben. Aber zwei Zahnräder. Juhu. Juhu. Oh, Bananen, Bananen, Bananen. Juhu. Komm, Küssin. Juhu. Ja, komm, wir gehen weiter. Ich wollte dir noch Energie geben. Entschuldigung. Und mit dir teilen. Alles gut. Juhu. Juhu. Und runter. Juhu. Juhu. Das ist das Ziel. Hoffentlich kommen wir jetzt endlich aus diesem Wasserlabyrinth. Ja, sind wir doch jetzt offiziell. Aber jetzt. Ja, bei dem Spiel. Und die Dill. Und, 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 und. Boah, hey. Oh, danke schön. Gut gemacht. Dankeschön. Und das ist viel Energie. Ja, drei Sterne. Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. Damit haben wir Stage 3 gelöst. Und kommen ab jetzt weiter. Stage 4 wartet auf uns. Aber wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Das wird euch mit Sicherheit gefallen. Na dann, bleibt Katztastisch. Ja.